Hallo, heute sind wir in St. Gorshausen am Rhein und machen eine Tour von Burg Maus zur Burg Katz. Untertitelung des ZDF, 2020 Hallo, hier seht ihr die Burg Katz und leider konnten wir da heute nicht hingehen, da der Treppenzugang durch Renovierungsarbeiten gesperrt war. Wir haben dann die Burg umgangen und sind durch das Wohngebiet gegangen, sodass wir hier oben im Dreiburgenblick sind, das zeige ich euch gleich noch. Und wenn wir jetzt hier weitergehen und dann kommen wir zur Burg Maus. Bis gleich! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier sind wir am Dreiburgenblick. Hier links seht ihr die Burg Katz, gegenüber das ist die Burg Rheinsfels und hier rechts um die Ecke seht ihr ganz da hinten die Burg Maus und das Ganze nennt sich Dreiburgenblick. Musik 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 Jetzt wird er im Tal angekommen, geht es auf der anderen Seite schon wieder berg hoch. Musik 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 Jetzt wird er im Tal angekommen, geht es auf der anderen Seite schon wieder berg hoch. Musik 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 Wenn man hier vorne grubt, sieht man schon die Burg Maus. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020